Und der neue Killer kann auch so um Ecken lunsen, da sieht man da nur die Maske von denen, so um eine Ecke, das sieht mega niedlich aus. Ja. Das bedeutet, ihr habt ja gestern gar nicht gespielt und sonst die Tage zuvor. Doch, doch, aber ich hatte ihn nicht so oft. Echt? Nein. Okay, ja gut, Mann. Michael Myers, ich kenne ihn. Ja. Mit dir. La-la-la-la. Den spielt ja keiner. Oh Mist. Was sind denn das für komische Ballons hier? Wegen den drei Jager, deswegen wollte ich fragen wie gestern, weil gab es da doppelte Punkte? Genau. Bis heute Mittag glaube ich oder so. Ne, bis zwanzig Uhr gestern. Achso, dann bis dahin stimmt. ich dachte eben auch gestern noch bis zur mitternacht und dann habe ich dann eingeloggt schon vorbei ich wollte es blockieren geht ja gar nicht bei den es ist hier jemand in der nähe teilweise ist hier aber irgendwo ach scheiß drauf ich bin beim teammate gerade achso gut dann das war so ich hasse es ja komm ich finde ruhig ja es ist flugtote wo sind hier in der nähe wo ich lieg ich komm jetzt kommt das nervenkitzelte jagd er läuft direkt ab euch alle zu ne er dreht um er läuft direkt dahin wo auch das totem war ja okay ja es ist der kurs direkt hinter den steinen nö ich bin hinterm baum ne aber das totem meine ich achso ich dachte prü ist hinter dem stein was nein 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 also ich vermute der steht direkt vor mir oder so dass der irgendwas drinnen hat was der aufhört zu singen hier ist auch eins hier ist auch ein verfluchtes da kommst du jetzt brauche ich nicht mal wegrennen es sind zwei in dem falle ich mache jetzt hier das eine wenn wir Pech haben jetzt ist es deine für ach ja du Arsch ach schade okay gut das wollte er nicht so ach ihr seid ja sowas von gemein aber du musst kurz Killer austricksen wieso hast denn du dich nicht hoch mann hab ich gemacht wenn ihr ein Clicktime Event versaut außerdem wollte ich erstmal da weg weil direkt vor mir ein Haken war aber ihr läuft ja mit dem durch die Hütte wo ich lang kriege da ist ja auch ein Haken wo du hingekrochen bist schade ja aber da wusste nicht direkt wo ich war der hat sich wieder nicht bewegt der ist immer noch genau so nein der ist bei mir genau alles gut kannst du mich kurz wecken ich lieg gleich wenn er trifft wirklich kann ich dich wecken wirklich kann ich dich wecken sind wir schon hast du Selbstheilung mit oder soll ich dir helfen hab ich hab ich hab ich ich muss aber erst gucken ob ich so hab ich hab ewig nicht gespielt ja das ist das was ich meint der hängt nicht an Haken und hat keinen Sound mehr jetzt hab ich mich geheilt und dann kam der einfach um die Ecke rum hat mich gehauen er hat keinen Herzschlag es gibt ein Perk da muss man stehen bleiben eigentlich ne ne der hat jetzt das ganze runtertragen und dann hat der keinen keinen Sound nix wer weiß ich glaub der ist immer noch drin bei dir keine Ahnung ich höre nicht das weiß ich will hier gucken aber ich darf nicht mehr Haken aber safe der steht hier noch irgendwo ich renn mal raus ja hab mich kannst du wenigstens vom Keller weg kommen ich find das immer kontraproduktiv er hat keinen Herzschlag ich hab keinen Plan wo der ist jetzt kommt's Nein, ich liege nicht, weil ich bin heftig versteckt sich in der rechte ich kriege keinen skillcheck, Mensch ich muss da zu einem hin ich wüsste wo du bist willst du mich mal wecken? äh, ja ah, das kann der teammate sein, glaube ich Mist, der ist weg der hat mich wecken sollen ey, pass auf, er rennt hier durch die Gegend ja, weil der sieht mich gut, ich bin doch wach ja, der ist hier, kein Herz, du Herzschlag äh, ne, ich hatte keinen, ich hab den aber gerade beobachtet die ganze Zeit, deswegen ich hab den halt gesehen ich stand halt direkt hinter dir und hier gerade deswegen kann ich dir sagen bist du wach? ja der ist halt direkt unter uns an den Generator gewesen also ich weiß, ich habe auch um richtig neuen Perks angeschaut vom, äh, Face-Ding im Star-Ghost-Face ob da was noch drin ist ja, wohl nicht so eins wer weiß, die haben auch viele Perks verändert ja, eben, ich habe eben auch jetzt länger eigentlich gar nicht mehr so gespielt der ist die letzten Tage wieder mehr gut, dann geht's ja wie mir ne, zum Beispiel ein Kumpel von mir meinte die hätten Ruinen jetzt geändert wenn man es auf Stufe 1 hat dass direkt alle davon betroffen sind auf Stufe 1 und was macht denn Stufe 3? äh, diese Checks werden einfach nur schwieriger also, dass es weiter zurückgeht dann ja, er verfolgt mich warte mal, Skull bist du das? bist du das? wovend spielst du eigentlich? in der Hütte bin ich kannst du mich bitte mal aufwecken? ah, komm, sorry ey, Serb, das ist nicht nicht nein, es stirbt ja, Team jetzt ist raus er will mich Ganz doll Ja wenigstens eine Das habe ich jetzt überhört Ah steht der Wind an mir Okay ich bin jetzt dran glaube ich Konnte jetzt nichts machen Ich finde das auch mit den Kinderstimmen so bekloppt Manchmal sind die lauter Manchmal sind die leiser Das finde ich auch Dadurch etwas schwieriger Und Ich komme gleich Lasst euch Zeit So kannst du direkt teilen Natürlich Kommt nach hinten ich habe jetzt 5 Runden ne 6 Runden um das Ding gezogen Ich bin übrigens tot Ich Nee Gut Brut dann machen wir jetzt zweite Action Ja Ich verstecke mich du machst den Rest ne Sagst Bescheid wenn alles fertig ist Komm mal hin Komm mal hin Das größte Problem was ich bei denen habe Die sehen nicht Das ist der oben beim Chen Ich höre ihn nur Draußen glaube ich wieder Ja jetzt läuft er ums Haus Ich glaube in deine Richtung Ich fand es halt viel komischer dass der dauernd keinen Sound hat sozusagen Ja Alben das vorhin auch Wer weiß Ja Bei Crew ist der Sound schon wieder weg Man sieht auch Nicht mehr wo er langläuft Weil es Gras auch nicht mehr bewegt Es schaut irgendwie in den Schrank Jetzt ist der Sound weg Keine Ahnung Jetzt ist er wieder woanders Und jetzt ist er wieder da Das Sound Kein Plan Ich will nach Hause Er ist bei mir Okay behalte es Tausend Punkte für mich Easy Ich hab ihn auch 3 Marker Stand Also ich bin jetzt dem Chen oben im Haus Ne Doch Als nein Als ob er das weiß Dankeschön Spiel Exactivated So bro ich wünsche dir jetzt viel Spaß Keine Ahnung wo er wusste es im Schrank Du sollst dir was positives sagen Ich höre ihn nicht Ich höre ihn Hau mal zu Er haut nicht zu Lauf 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 Ja Adios Ich renne Weil ich bin eh glaube ich jetzt tot Oh scheiß ich habe Fehler gemacht Danke Spiel Aber ich habe getreult Warum hältst du dich? Du kannst eh nicht aufstellen Ja aber vielleicht kommt er Okay er kommt nicht Ne Wenn es keine Paletten da gibt Dann wird es immer kritisch Dann Vielleicht findest du auch noch die Luke Proof Ja klar ich krabbel mal los Also das war doch jetzt nicht normal dass er einfach so stehen geblieben ist Er weiß Ich weiß auch nicht wo er wusste dass ich in den Sprint drinne bin Nachher mal gucken was der für Perks hatte Also ich bin ja in den Sprint reingesprungen und ich habe das Perk drin dass er es nicht hört Und er ist ja direkt zu den Sprint äh Spint gelaufen wo ich drin stand Obwohl es drei noch daneben waren Fragezeichen wie geht das Exactivated Oh der sieht mich natürlich ja klar Ne das ist normal dass er sich sieht Der hat ja äh weil du ja im Traummodus bist Ja eben Dafür hätte sich einer rausholen müssen aus dem Traummodus Hattest du Spaß? Nein Oh schau Ich habe sie Jetzt guck mal so viel Glocks Ich bin halt Vielen Dank.